So, also, das Dach kann es ja nicht gewesen sein, weil sonst wäre die Schusswunde schräg gewesen. Das haben wir ja schon besprochen. Aus dem Versteck heraus und Dach des Verstecks. Ich weiß nicht, was heißt aus dem Versteck. Meinen Sie damit unten? Oder dort, wo es explodiert ist? Das Dach. Beim Dach ist die Sache die, dass wir ja dort angekommen sind und niemand dort war. Das Einzige, was dort war, ist ein Regenschirm. Ein Verrosteter und der Tote. Aus dem Versteck heraus kann ich, ich kann mir aber nicht vorstellen, wie du aus dem Versteck heraus irgendwie schießen könntest auf ihn. Ich sage einfach mal, das Dach. Was passiert? Passiert. Oh, was war das jetzt? Ja! Wee! So. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Oh, wie geil ist das denn? Ah, sehr gut. Gut, also vom Dach aus. Hm, vielleicht nicht notwendigerweise. Oder vielleicht schon? Ich weiß nicht. Oh, es ist ein Labyrinth. Gleich kommt David Bowie und singt uns. Dance, 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 magic dance. Oh, ah, schon wieder die Skelette. Wunderbar. Immer die größten Freunde. Was ist das denn hier? Okay, die zwei sind hier oben. Kann ich hier runter? Nein, okay. Kannst du nicht. Schade. Ah, ich kann hier runter. Wie cool. Und da? Nein, kann ich nicht. Ah, die Illusion der Freiheit. Warum sind hier Kisten? Na gut, ähm, die Damen. Was haben wir denn da? Das stimmt auch. Aber wir sind ja erst später angekommen, nachdem er erschossen wurde. Genau. Dass der Täter aber nicht die Fluchtreppe genommen hat, äh, verwundert mich ein bisschen. Hier in der Rauchwolke. Weil hat er gewusst, dass Yuma da unten ist und war so, okay, den Weg kann ich nicht nehmen. Oder hat er von Anfang an sich gedacht, ich nehme auf jeden Fall nicht den Weg. Keine Ahnung. Achso, nee, da wäre er so oder so nicht die Fluchtreppe, weil er ja die Überwachungskamera war. Ja, ja, ja. Ich bin dämlich, ja, ja. Nee. Er wäre so oder so nicht die Treppe gegangen, weil er sonst aufgenommen worden wäre. Genau. Auf dieselbe Weise fliehen wie der Täter direkt nach der Tat. Ui. Äh, ich habe keine Ahnung. Schade, dass sich das nicht, äh, vermischt irgendwie. Ah, okay. Das ist das Nachbarsgebäude. Tür. Okay. Da ist nichts, hier ist nichts. Fluchttreppe. Also die auf keinen Fall. Und die Tür auch auf keinen Fall, weil da war die, der Schlüssel drin. Und du bist Dachkante. Die Dachkante vielleicht. Aber, ähm. Oder das Nachbarsgebäude. Aber da haben wir ja festgestellt, dass das so hoch ist. Und da hättest du nicht drüber können wegen den Stromleitungen. Also, ich sag mal, die Dachkante. Ja, vielleicht habe ich da einen Trick benutzt. Ich habe ein neues Gesicht, übrigens. Hehehe. Meine Ladies. Hm. Ja, vielleicht. Also, die Dachkante ist es offenbar nicht. Dann bleibt ja eigentlich nur noch das Nachbargebäude, oder? Nee, das haben wir schon abgehakt wegen den Stromleitungen. Kann ich mir alles anschauen, zuerst und dann auswählen? Ist es deswegen so? Nein, leider nicht, Schatz. Okay, ich kann mir zuerst alles anschauen, schätze ich. Tür geht ja gar nicht. Mhm. Na gut, dann noch. Die Treppe kann ja gar nicht gewesen sein, weil wir dort waren. Ja, das stimmt schon. Aber da, ja. Oh. Ähm. Oh Gott. Ah. Kannst du hier wirklich nirgendwo anders hin? Es ist am ehesten vielleicht die Dachkante, oder? Das Nachbargebäude, vielleicht kannst du dich mit einem Atem dran festhalten. So oben? Mhm. Ja. Er wäre so oder so, wie gesagt, nicht da lang gegangen, wegen der Kamera. Gut. Vielleicht ist er ja auch da auf dieses kleine Dach gesprungen, hinter uns, und dann von dem aus zum Nachbargebäude. Wie ist er vielleicht, ich weiß es nicht. Es gibt, es gibt aber einen Weg, es gibt immer einen Weg, weil der Täter hat ihn ja genommen. Daher muss er existieren. Was, warum geht's jetzt? Ich bin kurz hirn-tot gewesen, habe über was anderes nachgedacht. Äh. Okay. Fünf. Wie bereits gesagt. So sagen muss. Mama? Ähm. Wir machen das nie wieder mit zwei Frauen, okay? Bitte. Ich meine, ich schaffe das nicht. Gut. Ja, irgendwie sicherlich. Ja, man. Ich kann keine Ahnung. Ja, ich kann mich noch nicht auf, was ich sagen. Ich kann mich mal überhaupt nicht. Ich kann mich auch nicht mehr als schaffst. Ich kann mich verletzen, dass das Film schaffst, was die Person macht das Resultat? Was? Was ist das? Das ist ein Zeug! Das ist so, dass wir uns zu mir verletzen. Wir müssen uns den eigenen Erinnerungen anbauen. W-Wir wollen wir noch einigen? Wir müssen uns den eigenen Erinnerungen anbauen. Wir müssen uns den eigenen Erinnerungen anbauen. Wir müssen uns die Erinnerungen anbauen. Wir hatten das nur im ersten Labyrinth. Als die Leiche entdeckt wurde und als das Dach zum ersten Mal betreten wurde von uns? Ist das nicht beides dasselbe? Weil wir haben das Dach betreten? Oh! Oh nein! Oh, okay! Er meint, als wir das Dach zum ersten Mal betreten haben, noch bevor wir die Bomben überall angebracht haben, wo wir uns mit ihm getroffen haben, damit er uns den Auftrag erklärt. Okay! Ja, 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 ja! Das macht mir... Ich war so, hä? Als wir das Dach betreten haben... Aber wir waren ja davor schon mal drauf, ja! Das würde uns wahrscheinlich mehr helfen als mit der Leiche, weil das war ja nichts da. Außer der Regenschirm. Und... Ansonsten... Alles untersucht. Alles untersucht! Gott! Ah! 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 Es tut so weh... Ah, das tut mir immer weh, wenn wir das machen. Nein, irgendwas muss sich verändert haben. Ja, wir können sie ja mal umschauen, oder? Irgendetwas. Jawoll! Oh, Tatortnachstellung. Ui, ui, ui. Mein kleiner armer Schädel. Au, 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 au. Hallo. Ich werde dich nach besten Kräften unterstützen. Danke. Das ist so freundlich. Es gibt hier irgendwas. Also hier ist kein Regenschirm zumindest. Das ist interessant. Runterschauen. Oh, was hat er? Der Schwimmer war es. Winn. Deswegen haben wir ihn nicht mehr gesehen. Er ist dort reingesprungen und weggeschwommen. Ich weiß nicht, ob du so weit springen kannst, aber... Tatortnachgestellt. Okay. Hatte ich nicht erwartet, dass das jetzt so schnell geht. Ich habe nicht mit Shinigami geredet, aber egal. Ist ja auch egal. Immer. So bin ich. Also war die Explosion, die wir gehört haben, als wir am Dach waren. Die Explosion von dem Gebäude. Ich dachte, die war weiter weg und das war im Geschäftsviertel, aber nein, das war direkt neben uns, weil das so weit weg in sich angehört hat. Ich kann nicht von dem Gebäude nicht ausreden. Wenn man das nicht verhindert, dann kann man ihn nicht mehr verhindern, wenn man ihn nicht mehr verhindern kann, dann kann man ihn nicht mehr verhindern, und dann geht es weiter. Das ist das, was ich nicht mehr verhindern kann. Das ist das, was ich nicht mehr verhindern kann. Ich glaube, das ist das, was ich. Er, die Angst haben. Ich glaube, das ist eine Verhandlung. Nein, hier ist ein Schmerz. Ach, Herr. Ich glaube, er... Ich bin aber schon. Ich bin wirklich schlecht, bei der Freiheit! Ein Gulli. Der Gulli, ne? Das finde ich direkt in dem Dach. Ich sollte uns das gar nicht anschauen, oder? Aha. Zwischen dem, dass seine Fahrt möglich ist. Wie ist der Täter dann hin? Oh, runter! Jedenfalls nicht durch die Tür. Nicht über die... ...Wat? Nottreppe. War die ganze Zeit auf dem Dach? Was? Ich glaube, hier muss ich den Gulli einsetzen. Beim letzten... Dominik, du sagst so. Äh. Er stimmt immer so voller Begeisterung zu. Cool. Wie entkam der Täter? Seht ihr jetzt keinen Fluchtweg? Aber der Täter war verschwunden, als ich auf dem Dach einkam. Also muss es einen Fluchtweg gegeben haben. Ich bin mir sicher, dass es Beweise gibt, die das belegen. Oh. 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 Oh, nein. Wow. Also, ich habe sie nicht in die Luft gesprengt. Und wenn du gut bist? Ja. Sollen wir hinterher springen? Einfach so. Oh, ja, ja. Ja, das mysteriöse Labyrinth schläft halt nie. Wir müssen jetzt hinterher. Wird doch witzig. Come on, it's gonna be great. Was? Okay, wir müssen eine Frage beantworten. Oh. Ich muss mich entscheiden und springen. Muss ich nicht, ich war ja schon. Sie dreht sich schon wieder da im Hintergrund. Was ist denn? Wer war in der Lage? Ja, der... Ein Detektiv. Widerstand. Na, nicht... Ach so, ja. Eh, Anführer. Stimmt eh. Ich war Widerstandsanführer. Ich war nur so, nein, oh Gott, Anführer ja nicht, weil das war ja das Sachi, aber sie haben sich ja alle als Anführer bezeichnet. Also, stimmt das schon. Ich war natürlich nicht so, aber wir haben nichts mehr. Okay. Ui, da draußen. Oh, sorry. Asachi hat jetzt hier einen Safe gelegt. Und außerdem ist der Einzige das machen hätte können, der Schwimmer. Weil er ja gesagt hat, wie krass er ist. Das ist möglich. Das ist auch scheiße, wenn du von jemandem verraten wirst, dem du vertraust. Der alte Mann auch, wie sie alle laufen. Das ist so sinnlos. Dass sie aber genug Energie haben, zu rennen und gleichzeitig sich zu unterhalten. Bei dem Team, wie? Das stimmt, da ist was Wahres dran. Sollen wir mal zurufen? Hey, bleibt stehen. Alter, Yuma macht gleich Triple Salto. Backflip dazu mit dreifachem Twister. Ja, Triple Salto. Ein ganz wilder. So ist er. Was ist das denn jetzt? Ein riesiges Wasser? Okay. Ähm. 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 Manchmal schreit er so laut und manchmal tut er es nicht. Was war nötig, damit der Täter die... Ich hab's nicht mal gelesen. ...die Straftat begehen konnte. Was war nötig? Schwimmunterricht. Wie geil. Links Hände sein, ein guter Schwimmer sein, ein guter Schütze sein. Ja, das Mittlere. Hä. Was ist die Mitte? Wupp. X. Hiyaaa! Boi, joi. Nyaaap. Shhh. Woah. That's crazy. Der, ähm. Bobbentyp kann's nicht sein. Weil der einen Trauma davon getragen hat. weil er ja irgendwann mal festgesteckt ist beim Wasser im Abflussrohr. Der alte Mann ist wahrscheinlich zu alt. Und sie weiß ich nicht, aber ... Ja. Du kannst es ruhig sagen, Junge, ich überlasse das gerne dir. Ich muss mich da nicht einmischen. Ich dachte gerade, er hat gesagt, ich habe noch nichts getan. Ich war so, excuse me. Du kannst es nicht tun. Du bist, Icardi. Icardi. Arrrrmin. Oh, mein Gott. Er hat einen Spanisch-Titan und jetzt spricht er nur Spanisch. Arrrrmin. Mikasa-Esukasa. Hörsface. 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 Ähm. Ich will ja nichts sagen, aber aus dem Winkel schaut dieser Tank hinter dir aus, wie riesige, die bei dir drunter hängen. Ja. Ja. Ich kann es nicht mehr verletzen. Ich will das nicht verletzen. Und das ist nur ein Schmerz. Ich will das nicht verletzen und das ist nur ein Schmerz. Easy. Und wie sehr wird uns das helfen? So, er war fast mal ertrunken, was sie nachhaltig traumatisiert hat. Sicherheitsaufnahmen, na, Ausnahmen, Aufnahmen. Er sprach mit Kunden und sie war Wettkampfschützin. Sie trainiert oft Schuss. Okay. Nehmen wir einfach mal das Trauma. Oh Gott, okay. Nein, Scheiße. Margulor hat Sachi oben erschossen. Ne, der hat ein Alibi. Okay, dann müssen wir zuerst den Margulor... Du musst zuerst beweisen, dass der Kautz das nicht getan hat. Welcher Beweis könnte helfen? Der Margulor war woanders. Es sollte Beweise geben, die das bestätigen. Ja, natürlich. Doch, jetzt. So. Schaut aus wie ein Spider-Man-Bösewicht. Was ist das denn? Okay. Wer kommt jetzt? Wer? Iruka, okay. Icardi... Servan und... von Iruka zusammengebaut. Wer weiß es nicht? Das oder das? Das stimmt. Wie ist es, wie sie selbstmord aussehen? Ähm. Aber wenn, dann hat sie sie ja in die linke Hand gelegt, oder? Du musst beweisen, sie hat kein Alibi. Wir werden es anders angehen. Dann musst du die Beweise nach etwas durchsuchen, das helfen kann. Ich glaube, wir müssen wirklich das nehmen, weil sie gewusst hat, dass er Linkshänder ist. Und wenn sie den Selbstmord inszeniert hätte, dann hätte sie ganz sicher äh... es in die linke Hand gelegt. Es in die linke Hand gelegt. Die Waffe und nichts. In die rechte Hand. Oh, ich muss springen. Entschuldigung. So. Und jetzt kommt noch Icardi. Also nicht Icardi. Ich meine, der Savan. Natürlich. Icardi ist ja der, der vor uns steht. Äh, äh. Äh, äh. Ja, ja, sure. Der durch den Gulli entkommen. Das stimmt nicht. Okay, wir müssen einfach das Trauma vorlegen. Wir kennen das Alibi nicht. Er wusste nicht, ob er das wusste mit den Händen. Ja, aber es gibt Weisen, die bestätigen, dass das nicht gewesen sein kann. So, gut. Dann müssen wir nur das Alibi nehmen von Savans traumatischer Erfahrung und es dann nur da einsetzen. Oh, ja. So, wo kommt das hier? So. Es kann keiner gewesen sein. Außer dir. Ja, doof, ne? Immer dieses Peace-Sang. Peace. Vielleicht bedeutet das ja beim Tauchen was. Weil beim Tauchen machst du ja unter Wasser so Handzeichen. Vielleicht bedeutet das ja Fuck off.